Große Vernissage mit viel Anklang auf der Königsallie Westside. Die Sittarie Gallery lud zur Ausstellungseröffnung Zero International, die Avantgarde der 50er und 60er Jahre ein, und ein interessiertes Publikum von nationalen und internationalen Kunstkennern, sammlenden Gästen folgte der Einladung. Noch bis zum 24. Januar können Interessierte die Ausstellung mit Werken von Otto Piene über Günter Uecker bis zu Enrico Castellani während der normalen Öffnungszeiten der Galerie besuchen.